Hier ist das Journal von DBTV aus Berlin. Ich bin Franziska Fischer. Schönen guten Tag. Mein Name ist Silvia Warnke, von mir gleich der Sport. Seien Sie herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen. Massiver Gegenschlag, eine Großoffensive soll dem Drogenkrieg in Mexiko ein Ende setzen. Letzte Zigarette, die Türkei hat dem Rauchen den Kampf angesagt. Und geschönte Geschichte. DDR-Staatsmaschine wird zum Luxushotel. Man muss das, was da in Mexiko geschieht, als Krieg bezeichnen.